Hey Leute, Willkommen zurück zu Nakuto Ultime Ingenieur. Hier haben wir letztens Inno angesprochen und wir haben sie herausgefordert. Naja, aber es gibt uns glaube ich nicht so viele Kristalle oder keine Ahnung. Achja, ich habe mal durchgelesen, wie Intense, die man so freifalten kann, das kann man hier mitten im Wettkampf machen. Das stand auf dem Handbuch drin, also... Das kann man entweder jetzt hier beim Wettkampf irgendwie immer freistellen oder... Kann man ja auch Missionen später machen und so lange findet man die wahrscheinlich. Das ist ein ganzes Zeug. Ja! 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 Jo! Jetzt gehen wir mal zum Trainingsplatz, mal gucken, wer es ist. Wahrscheinlich nie oder so, keine Ahnung. Wenn wir jetzt sehen. Oh ne, Kiba. Das hat keine Runde weiter eigentlich. Ja. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich sehe gerade nichts, aber das war's für ihn. Wieso sagt der Daum, Versuch das weiter? Ich habe ihn noch gesehen. Ok, naja. Sakura ist auch Level weiter. Oh. Ich würde gerne gegen Sazure kämpfen und seine Kristalle. Oh, was ist das? Am Bett nehmen, aber Pinsasuke kann man hier eigentlich nicht. Vielleicht kann ich nicht wirklich kommen. Ich sehe mich. Ich sehe mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's. Ja, das geht nicht mehr. Ja, das war's. Ja, das war's. Ja, das interessiert nicht mehr was. Status, Status, vielleicht erst mal sehen. Ja, das war's. Jo, 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 Jo. Nee, ich dachte ich hab... Ich dachte ich hab noch diese Schlitzrolle bekommen. Naja. Hier ist auch nix. Jo. Jo, Jo. Oh, wir haben schon 78 Punkte. Wie geil. Oh, wir haben uns noch ein Mal. Oh, wir haben noch was. Ich bin mal auf dem Weg. Ich bin mal auf dem Weg. Oh, ich bin mal auf dem Weg. Wie kann man das? Ich bin mal auf dem Weg. Ich bin mal auf dem Weg. Ich bin mal auf dem Weg. Moment, ich werde gerufen. Ah, wir haben diese Schriftrolle bekommen von Erko. Wenn wir diese Schriftrolle einsetzen, sind wir immer wieder zu uns die Gegner. Ja, ich bin es auf der Lehmann. Es gibt eine Schriftweite, die wir abschauen. Ich bin es auf der Lehmann. Wir werden es mit einem Schlag. Es ist die Vordehörung der Klemann. Ich bin es so gut. So, das war's mit Zemario. So, das war's mit Zemario. Oh mein Gott. Wie viele Punkte? Wir müssen schon über 100 haben. Ah, nicht da. Ich muss noch mal singen. 118, damit sind wir hundertprozentig ins Finale. Aber bevor wir das machen, will ich jetzt die Schriftmann einsammeln. Oh mein Gott. Okay. So, das war's mit Zemario. So, das war's mit Zemario. Ich dachte, hier wär was vielleicht. Was heißen diese 3 Teile da auf dem Bündchen? Ja. Oh mein Gott. 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 Es ist ein Kostar. Mir ist es einfach egal. Ich beende hier den Pott und wir sehen uns beim nächsten Mal.